Kommt zurück zu Let's Play Assassin's Creed Unity mit einer schlimmen Nachricht, die war für mich einfach nur schockierend. Ja, ich wollte jetzt vor einer halben Stunde so anfangen, weiter mit Aufnehmen, eine kleine Aufnahmesession machen. Dann gehe ich hier rein und er sagt, er hat keinen Spielstand mehr, es war kein Spielstand mehr da, ich musste den letzten aus der Cloud nehmen. Der sieht so aus, wir waren schon viel, viel, viel weiter. Es fehlt jede Menge, wir haben längst nicht so viel Geld, ihr müsst nur sehen, wir haben noch wieder das gerade Fallchon, wir haben kein Katana, kein, was weiß ich, alles für verschiedene, sondern was verschiedene Ausrüstungen ich schon gekauft habe, alles weg. Deswegen kommt heute auch kein Part, weil ich mich jetzt bemühen muss, den Speicherstand weitestgehend so wieder herzustellen, wo wir aufgehört haben beim Let's Play, sodass ich es dann morgen weitermachen kann. Das kann ich nicht garantieren, ob ich das heute schaffe. Also kommt heute jetzt quasi hier das kleine Infovideo. Morgen dann geht es entweder weiter oder wenn ihr Pech habt, ist ein Tag Pause, Zwangspause quasi, weil ich den Spielstand wieder so herstellen muss, wie er war. Ja, es tut mir leid, das zu sagen, aber das war es auch schon wieder. Ich muss den Spielstand wieder herstellen. Ciao Leute.